So, die Abreise steht an. So sieht es zumindest aus. Die nächste Mission heißt auch The Morning of Departure. Und vorher gibt es aber noch ein Event. The four-sided relationship. Mal kurz meinen Mic hier anders einstellen. So, hoffe das ist besser. Dann hängt es mir nämlich nicht im Bild. Was ist mit Kaska und Kaska? Was ist das supposed to mean? Ever since you two fell off the cliff, you've gotten a lot closer. Well, a lot happened. Was ist das? Every old dog in the Hawks knows, that she and Griffith... Chances are, now she... Kaska can't be with Griffith. Griffith rose from nothing to be a top general of Midland. But he won't stop there. He has his eyes on one thing and one thing only. Even if he's a general, he's still just a soldier after all. It can't be more than that. You need a trump card. For one last push. Na, das versteht Katz natürlich nicht. Na, das versteht Katz natürlich nicht. It's the Princess. Catching Princess Charlotte is the fastest shortcut for Griffith's ambition. It's the only way. Griffith is now the White Phoenix General. Midlands heroic savior. Beside even her highness he'd appear quite a worthy companion. And as fate would have it, General Julius, the next in line to the throne and his son are both dead now. Oh yeah. Guts, you know. Oh well. Guts, don't tell the others about this. It's not that I don't trust them. The Hawks are bound by one fate after all. But I don't want to reveal to them my dirty side. All they need to feel is that we are rising up. You're rough enough to share this war. To the end. So what about Kaska? Even though you'd like to hold her? Oh yeah. She's a fine woman. It's hard to find a woman you can trust to watch your back. But I see her more as a shield mate than a woman, so... No. That's not it. The one who has her eye is Griffith. That's why right now I'm not good for her like this. Gotcha. It really seemed there was hope for you though. But... Ah okay. He would already like it. That's not quite as obvious. So... Guts believes now that he must become Griffith equal to be his friend. So he resolves to depart from the Battle of the Hawk. But Griffith won't have it. Ooh, it's come against Griffith. He'll have you go out of cash here. What are you talking about now? They're this winter. Go. Are you leaving? Yeah. Oh, was fällt ihr ein? Griffith Just smile and say take care? You're serious? Wait, are she too serious? Comrades are going to cross swords? Get back, Casca. Don't get in our way. Okay, let's see some little chef here. Midland succeeds in retaking Daldre. Peace was made with each other and the hundred years war came to an end. Upon their return to Windham, the royal capital of Midland, the members of the Band of the Hawk are hailed as heroes. Guts feels that he needs to become Griffith equal, to be his friend. And, having done his part serving under Griffith, resolves to leave the Band of the Hawk. But Griffith won't have it. Cool, dass man auch im Winter kommt. Was that the name of the Power of the King? Yeah. Was that the one? Was that the one that happened? Was it that the one that I could do? Was it the one that I could do? Was it that you could do? Geil, ey, man muss sich jetzt hier komplett auf den Untertüte konzentrieren. Äh, die ganze Geschichte im Untertüte passiert und eigentlich soll man einen Bosskampf machen, also das ist doch, dann sollen sie halt eine deutsche, eine englische Vertonung wenigstens einmachen. Das war's für mich. So, noch mal ein bisschen stärker machen. Autsch. Das ist böse, ich weiß auch nicht, wie viel Gespräch da noch mit dabei ist, dass ich jetzt nicht mal sagen könnte, okay, jetzt muss ich mich aber beeilen, weil, äh, jetzt geht's tatsächlich um den Kampf und die Quatschen hier wahrscheinlich, nehme ich weiter. Oh, gut, nach Griffith. Hola. Jonah. Chris. Gutsch! 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 Okay, das ging schnell. Dafür war die letzte Folge ja auch ewig lang. Dann machen wir jetzt Zweikämpfe. Und die nächste Kombo freigeschaltet. Wir nutzen nie die Sub-Weapon. Gutsch! 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 Oh, oh. 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 Bis zum nächsten Mal. Was ist das? Das war's für heute. Ich habe noch nie gedacht, dass ich heute wieder zurückgekommen habe. Ich glaube, es war ein Schocker, Griffiths. Verrückt! Griffiths ist so schwer, wenn ich mich so fühle. Ich glaube, es ist sehr schnell, Griffiths. Tick! Ich habe mich nicht verletzt, oder? Ich habe mich nur daran gedacht, dass ich mich nicht verletzt habe. Du bist, du bist, du bist, du bist! Ja, das stimmt. Ich dachte, dass ich mich nicht verletzt habe. Aber ich habe ein paar Worte mit Schall für die Schallotter. Ich habe keine Worte mit Schallotter. Aber ich habe keine Worte mit Schallotter. Was ist das? Was ist das? Was wollen wir machen, Schallotter? Nein, aber ich wollte es, nicht? Das war's. Da malen! Oh, 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 oh. Was ist das hier? Es ist so schwierig! Ich bin der Klingel! Ah! Es ist so schwierig. Ich habe mich verloren. okay jetzt verstehe ich gar nichts mehr also die der könig verrät ihn jetzt und bestraft auch seine ganze truppe aber was hat denn das jetzt mit diesem komischen elfter auf sich und mit dem komischen stein very strange die country's the country's hero savior was labeled a criminal the white hawk has fallen to earth schön dass es so knapp erzählt wird i'd forgotten the sense of unease unless my sword is right next to me maybe i'm once again trying to throw away something irreplaceable that i never have again to begin with i got this idea from hearing griffith words so can i even say i've set out by my own will where what the fuck skeleton knight so the gear so the gears have indeed begun turning you straggler take heed there's in terminator that it's not no it's not but this this weird unreal feeling one year hence shall be the time of the eclipse you and your friends those yet unseen of the fleshless flesh what the fuck what the fuck is he jetzt los and that unkindly kingly half of yours shall all be gathered then at that place and torrent of madness a torrent of madness a tempest of death for which the human body could never atone shall sweep over you but take heed straggler you were born from the corpse and begun your life from death in the mud you're closer to death you're closer than death than anyone you're closer than death than anyone you're closer to death than anyone thus you excel at escaping it struggle content that alone is the sword one who confronts them never forget this who the hell are you how do you know about me in the abyss of despair only he who stands up with a broken sword in hand perhaps wait it's gone a dream skeleton knight was was das denn oh, gerade seit ein neues outfit heavily armored warhorse has been added to your warhorse stable neues, neues pferd okay, also haha jetzt wird's ja ein bisschen strange, weil jetzt kommt alles aufeinander komisch ah, okay, das ist der anfang fürs nächste kapitel ja gut, ähm, dann würde ich sagen, machen wir das nächste kapitel in der nächsten folge äh, und schauen wir, wie das weitergeht dann sind wir im letzten teil von der golden age geschichte also bis denn bis denn bis denn bis denn bis denn bis denn Vielen Dank.